Das ist geklappt. Warte noch mal. Ah genau, wir haben doch noch eine Brandgranate. Vielleicht hilft ihr ja. Das ist unsere einzige Chance. Oh ja. Ok. Also zumindest brennt er jetzt. Und er ist kaputt. Hey! Es hat gereicht! Guter, guter Wurf. Den haben wir ja natürlich perfekt geplant hier alles. Also nicht vergessen. Gut. Nehmen wir die wieder. Laden nach. Zack. So, da haben wir das letzte Ornament. Löwenornament. So, hier haben wir noch ein paar Sachen zum Aufnehmen. Und natürlich die ganzen Thun, die wir noch auf dem Weg hatten. Oh, die Themen hinfliegt so. Da haben wir ein Illuminados Zeichen. Warte mal. Da wir ein bisschen die Zeit haben. Nachladen. Bei uns hier glaube ich nichts verfolgt. Da haben die. Super ist sie abgeladen. Jetzt müssen wir hier aufpassen. Ich glaube, wenn wir in den Käfig springen, spawnt irgendetwas. Ich bin mir nicht sicher. Nein. Wow, durch den Käfig durchgesprungen. So. Jetzt gehen wir hin. Hier das Gold. So. Unzulück. Na, okay. Das waren die hier zu 100% optimal. Aber immerhin. little. Blut, 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 blut. Line, ultimator, make sure. You save your game from here. Darum muss wir das definitiv speichern. Weil wir müssen So, jetzt müssen wir definitiv speichern, damit wir diesen Kack nicht mehr noch warten. So, das habe ich gemacht. So. Gut. Jetzt müssen wir hier mit diesem kleinen Tucker-Auto fahren. Haben wir hier irgendwas vergessen? Nein. Gut. Oh, sehr bequem. Was ich mich jetzt frage, wie hat das funktioniert? Wer hat das jetzt gestartet, dass wir da fahren? Wir setzen uns einfach hin und dann ist da ein Drucksensor, der sagt dann Ja, hier sind Passagiere drin, jetzt fahren wir. Ja gut, aber wir suchen hier auch Logik. Ein Skinnel und sowas alles. So, Gewehr nachgeladen. Alles ist nachgeladen. Da durch die Tür. Erfolgreich geöffnet. Okay, wo sind wir jetzt? Wir sind hier. Sie sind hier. Okay. Ah, okay. Das ist ja nicht schwer. Wunderschöne Dekoration, aber etwas fehlt. So. Brennen. Löwe. Danach muss der Geißbock und danach die Schlange sein. Genau. Und die sind ja eh hier schon so. Weil das ist, ähm... Wie heißen die nochmal? Mantico? Ne, ne, Mantico ist das nicht. Das ist noch eine andere Sache. Genau. So. Haben wir hier irgendetwas noch vergessen? Nein. Scheint, als hätten wir hier alles gemacht. So, wir haben hier einen roten Strang, der geht von da aus. Okay. Weiß nicht, sollen wir nochmal speichern? Komm, wir speichern. Weil, wie gesagt, wir sind die, äh... Mir ist das egal. Von mir aus kann bei den Saves danach zum Beispiel 120 stehen. Aber es ist besser, bevor ich dann hier... Hey, da haben wir eine Treppe hoch. Was ist denn hier? Oh, guck mal an. Ah, eine Handgranate. Die ist auch natürlich super. Okay. Haben wir hier. Hier haben wir nichts. Haben wir irgendwo was vergessen hier oben? Eine Decke. Interessant. Wundert mich jetzt gerade. Also nur für diese eine Handgranate. Kann man hier noch was machen? Ah, okay. Cool. Hier war was hinterm Bild versteckt. Gut. Also hat es sich doch noch gelohnt. Für eine Handgranate um 5000 Money. So, und jetzt gehen wir hier hoch. Und jetzt müsste noch ein Autochen sein. Aber dieses Autochen ist jetzt hier draußen. Und funktioniert anscheinend dann bestimmt auch mit Drucksensoren. Einmal drauf gedrückt. Zweimal drauf gedrückt. Tür geht zu. Los geht's. So. Okay. Okay, jetzt sind wir... In dem... ...äußern hier. Seidenkristallkuss. Was haben wir hier noch? Oh, da habe ich noch einen vergessen. So. Okay. Gut, gut, gut. Äh, wo haben wir denn das? So. Okay. Hier haben wir noch ein paar Schütze. Wir haben einen großen, runden Raum. Ich will nicht wissen, was in dem großen, runden Raum ist. Ich will da nicht wissen. Da kann nur irgendwas Böses sein. Sag mal, wir haben ja außerdem so viele Geräusche, wenn wir hier herumgehen. Nee, hier will ich noch nicht. Aber hier ist auf jeden Fall ein Schatz. Oh, guckt euch das mal an. Da glitzert ja alles fast. Okay, was haben wir hier noch? Hier haben wir noch einen Raum nach da hinten. Gucken wir da uns den zuerst mal an, weil das ist ja eh in der Sandkasse. Gäbe es Kraut. Da haben wir irgendwas, womit wir das noch verbunden, äh, verbinden können. Ja. Kombinieren. So. Ähm. Genau, Y ist das dann. Guck mal, wir haben doch hier eigentlich noch ein bisschen Platz, ne? Gucken wir euch das mal an hier. Bisher haben wir auch nicht viel Schaden genommen, das finde ich ganz gut. Also bisher dieses Kapitel, das läuft ganz gut. Haben wir da noch einen Spinell. Wir haben hier überall diese offenen Türen oder sowas. Wo geht's denn hier? Ja, hier ist irgendetwas, nämlich ein leerer Raum. Hier haben wir Handgun Ammo. Nämlich definitiv. Oh nein. Guckt euch das doch mal an. Der Typ bewegt sich doch schon. Der Typ bewegt sich doch, das kann ich doch sehen. So. Okay, wir müssen jetzt aufpassen, welche Knöpfe wir drücken müssen. Oh. Ah, das waren die anderen beiden. Damn it. Genauso wie das da vorne. Also X und A oder das andere. Wow. Okay, gut. Wir haben jetzt aber... Auch mich. Wir haben jetzt zwei, also entweder die beiden oder die beiden. Okay. Boah, guckte gruselig, ey. Oh. Was haben wir denn hier? Wait. Wait. Ich glaube... Das hier geht nämlich zu. Wenn wir das da hier in der Mitte nehmen. Graal des Königs nehmen, ja. So, genau. Dann geht das jetzt so. Und Ashley ist zum Glück draußen wartet da. So, und jetzt haben wir hier Armour Knights. Wow, die wären zu... Die wären lebendig. Okay. Dann wir hier. Gewehr Muni. Vielleicht sollte ich das Gewehr nehmen. Wenn die mir die schon anbieten, äh, die Muni. Woppa. Und weiter geht's. Und anderen. Wow. Los Illuminados. Warte, noch mal welche? Aber die weichen diesmal nicht zurück. Die weichen nicht zurück. Wow. Okay. 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 Okay, der ist zumindest zurückgewichen, weil ich ihm genug Schaden gemacht habe anscheinend. Und weiter geht's. Nachladen, 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 nachladen. Wow. Weg damit. Weg damit. Ich will das gar nicht haben, das Ding, was du mir da geben willst. Oh nein. Los, Illuminados. Ich weiß nicht, ob ich da die Granate... Ich weiß nicht, ob ich die einfach benutzen sollte. Wow. Oh. Warte mal. Wenn eh schon zwei sind, dann lass die einfach benutzen. So. Gut. Deshalb wichtig, dass hier die Ashley draußen ist. Ich glaube, ich habe mich da irgendwo mal gelesen. Oder irgendwo gesehen. Weil, was soll sie unnötig hier sein? Das ist beim Gral des Königs. Weil, wir müssen zwei Grale finden. Nämlich den des Königs und der der Königin. Und deshalb. Wir haben noch einige davon. Zweimal grün. Ach nee. Komm, wir brauchen uns noch nicht zu heilen. Ich möchte da nur so ein bisschen hier feststellen, damit wir wieder ein bisschen mehr Platz haben. Also, was sollt ihr hier so unnötig rumstehen? So. Nachladen? Nein. Ich wollte die hier nachladen. Ja, die Granaten nachladen. Weil, man muss ja Granaten nachladen. Habt ihr ja immer gehört. Follow me. Komm. So. Gut. Ich hoffe, jetzt kommen nicht nochmal welche. Aber ich glaube nicht. Wir haben alle schon ausgeschaltet. Ich möchte gerne die haben. So. Jetzt müssen wir einmal auf die Map gucken. Da vorne ist abgeschlossen. Da werden wir bestimmt beides brauchen. Das heißt, wir müssen zuerst mal da in Blank gehen. Gut. Ich hoffe, hier sind jetzt keine Monster gespawnt. Gut. Ah. Eine Notiz. Wo kommt die denn plötzlich hier? Erhaltende Probe. Wie du vielleicht weißt, hat Lord Sela's Seher beseitigt. Die Probe ist, wo sie hingehört. Ich hatte gehofft, alles könnte geregelt werden. Und den Lord zu belästigen. Die Probe ist wieder da. Ich freue mich maßlos. Jetzt, wo die Probe in unserer Obhut ist, ist es schwerer für die lästige Frau heranzukommen. In dieser Hinsicht ist es schade, dass sie dagegen gehen muss. Auch er hätte eine strahlende Zukunft vor sich gehabt. Er hätte auch unseren Glauben geteilt. Das Schicksal der beiden anderen Amerikaner hat der Lord in unseren Händen gelegt. Wir dürfen ihn nicht enttäuschen. Wir werden Ashley fangen und ihn dem Lord bringen. Okay. Oh, Virion. Blablabla. Okay. Ich habe immer noch Angst, dass hier Hunde reinspringen, weil hier offene Fenster sind. Zum Garten. Direkt zielen. Wo seid ihr? Oh nein. Oh oh. Ah, okay. Das kenne ich. Das weiß ich wie. Wait. Wait. Hier sind Schalter, die man sozusagen eindrücken muss. Vier Stück. Oh. Wir sind aber nur zwei Personen und hier stehen diese zwei Ritter. Ganz plötzlich, die man so herumschieben kann. Aber Moment mal. Wie sollen wir das machen? Zwei Statuen und Leon? Ja klar, weil wir Ashley auch haben. Muss sie auch auf einem Ding stehen. So. Wie gesagt. Also das ist eigentlich der einfachste. Einfach mal. So. Wie ging es denn weiter auch so lang? Ähm. Gut. Da müssen wir auch durch und dann einmal im Raum außen herum. Oh oh. Ich weiß, was das für eine Szene ist. So. Hey, wie kommt der denn dahin? Let's see if you can survive this time. Wo ist der denn hin? So. Und jetzt kommt die Decke von oben. Und wir wollen uns zerquetschen. Und der ist einfach abgehauen. Und jetzt geht das natürlich auch zu. So. Das einzige, was wir hier machen müssen. Wo ist das? Wo ist das? Wo ist das? Wo ist das? Genau. Normalerweise müssen wir die Zahnräder schießen. Wo ist das? Da. Eins. Zwei. Drei. Vier. Und dann haben wir es geschafft. Ganz einfach. Aber so. Ähm. Ja, es ist das Indiana Jones Vibe. Oh nein. Die Decke kommt runter. Düt, 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 düt. So. Das ist zugegangen. Das heißt, wir müssen hier raus. Oh. Blut. Ich mag kein Blut. So. Ein langer Gang. Mit Blut auf dem Boden. Oder ist das Wein? Ach, das ist Wein nur. Ah. Oh. Oh shit. Oh shit. Was sind das denn für Typen? Ähm. Komm. Wait. Follow me. Follow me. Und jetzt müssen wir definitiv da vorne erstmal weg. Bevor der da durchfährt. Also. Das fährt hier gar nicht durch. Sondern verspürt uns auch nur noch den Weg zurück. Rücken rücken, ne? Oh. Spießig. Gut. Das ist auch einer der einfacheren Aufgaben. Ich hätte eher gedacht, dass man da irgendwo eins schießen soll. Aber mein Gott. Ist ja genauso. Wie heißt das nochmal? Oh. Oh. Ein Schachbrett. Oh. Elegantes Schachbrett. Das geht bestimmt wieder gut Geld. Was ist hier drin? Ähm. Der Gral der Königin. Genau. Den haben wir ja gebraucht. Ähm. Hier müssen wir öffnen. Eins. Ähm. Wo kommen wir hier weg? Also. Genau. Dahinten. So. Tsch. Tsch. Oh nein. Jetzt kommt der Schlimmste überhaupt. Wo? Wo kommt die denn her? Schild. Gut. Aber der eine. Du, da hast keine Maske. Tut mir leid. Warte. So ein bisschen zielen. 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 Bewegt dich. Tut mir leid. So. Jetzt müssen wir wieder auf Gewehr wechseln. Ich bin noch hier. Ich bin noch hier. Ich bin noch hier. Ich bin noch hier. Wow. Ne. So geht das hier nicht. Einfach werfen. Werfen kann ja jeder. Werfen kann ja jeder. So. Der Typ steht da nur noch alleine. So. Eins. Zwei. Drei. Und. Warte mal. Ach. Was benutze ich hier eigentlich die Endgun Ammo? Das ist eh sowas, was sich nicht so schnell bewegt. Ähm. Oder so. Nämlich lieber die Sneaper. Und dann kann man die nämlich in Ruhe auch nachladen. Wow. Das ist echt richtig krass am Regen da draußen. Gut, dass ich heute den so hin muss. So. TMP. TMP. Ein grünes Auge erhalten. Wasser halte ich bei dir in Seiten, Christa. Wasser halte ich bei dir in Spine. So. Ähm. Die Königin bekommt natürlich den Königengral. Ein Toast auf unsere königliche Hochheit. Der Graal der Königin platziert. Ein Toast auf unsere königliche Hochheit. Und ein Toast auf den des Königs platziert. Natürlich geht das dann auch, ne? Easy as pie. So können wir das nachladen? Ne, gar nicht. Wir haben ja keine Munition mehr, ne? Wir haben einiges an Magnum, einiges an Pistole und ein bisschen was noch an den hier. So, das ist auch schon nicht mehr voll. TMP. So, ich muss jetzt ganz schnell gucken. Oh. So. Okay, 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 Richard. Okay, warte mal, wo sind wir jetzt? Da, da, da. Elegant Cheeseboard. Das, das, das. Step one, my arm. Ja, genau. Examine. So, break the pots on the left and the right. Okay. Hier sind Sachen drin. Genau. Ich habe immer noch Angst. Hier sind immer noch die Fenster so offen. Waa! Boah, jetzt habe ich mich auch erschreckt. Kack, Schlange, wo bist du? Wo bist du, Schlange? Schlange. Ich wollte gerade sagen, nicht, dass hier irgendwelche Hunde kommen und dann schaffe ich mich wegen so einer Schlange, ey. Blöd. Ey, aber stimmt. Apropos Schlange. Verwendet. Können wir die doch haben. Blaunes hier irgendwie, nein. Ja. So. Oh, stimmt, die können wir ja öffnen. Ah! Können wir die hinten hier auch öffnen? Nein, der ist zu. Können wir den hier öffnen? Nein, der ist auch leider zu. Mist, blöd. So, nachgeladen. Haben wir alles nachgeladen. Was wir nachgeladen können? Nee, gar nicht. Da fehlt noch eine Munition drin. Und die Sniffer hat natürlich nichts. Okay, Kingsgrave, so. Ja, genau. In der rechten ist eine Schlange drin. Verdammt. So. Warte mal. Ich sehe irgendwo einen Schatz. Ja, hier. Oh. Okay. Das erklärt einiges, aber nicht alles. So. So, warte. Okay. Was ist das? Äh. Lampen. Was ist das hier? Da gehen wir gleich rein, ne? Äh. Ja, warairs. Was war続 unser? Oh. Wow evidence war. Von ganz hell. Ich weiß nicht. Was war es öfter어. Was war ist da, 어떻게 um nitrogen zu sein bin, Wirklichkeit. Oder Menschen stecken ihn.